Faktencheck 1. Die Souveränität der Mitgliedstaaten Forderung der CDU-CSU. Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass die Umsetzung des Abkommens in Übereinstimmung mit den nationalen Gesundheitspolitiken der Mitgliedstaaten erfolgt und einzelstaatliche Souveränitätsrechte vollumfänglich bestehen bleiben. Fakt 1. Der Passus, wobei die Ansichten des betreffenden Vertragsstaates zu berücksichtigen sind, wird in Artikel 10.4 der neuen IGV gestrichen. Fakt 2. Das Wort nicht bindend wird in Artikel 1.1 der neuen IGV mehrmals gestrichen. Wortlaut des aktuellen WHO-Entwurfes Fakt 3. Durch den neuen Artikel 13a-1 verpflichten sich die 194 Mitgliedstaaten, die Empfehlungen der WHO zu befolgen. Diese diktatorischen Vertragsentwürfe sind skandalös und entlarven die wahren Absichten der WHO. Die WHO ist keine vertrauenswürdige Organisation, selbst wenn sie aufgrund des immer stärker werdenden internationalen Druckes die Entwürfe in letzter Minute noch abschwächen sollte. Bewertung. Wie mit einem Skalpell kastriert die WHO die Mitgliedstaaten. Durch Weglassen bzw. Hinzufügen einzelner Worte entfernt sie deren Souveränität und ermächtigt sich selber. Aus den bisherigen nicht verbindlichen Empfehlungen werden dadurch völkerrechtlich verpflichtende Handlungsanweisungen.